Ich mag in Dusty LeCraft, in Dusty LeCraft ist mein Lieblings-Mod. Mit Greg Tech auch. Wir haben Greg Tech hier drin. Ist mir wurscht. Ich hasse Greg Tech. Ich benutze Greg Tech nicht. Ich habe eine Trillionenmal. Du musst Greg Tech, aber teilweise. Bist du fertig? Osmium. Daraus wird ein Jetpack. Das ist eine Windturbine. Das ist ein Geist. Abproduziert die das gleiche? Wie vor einem Jetpack zu machen. Echt nicht? Okay. Das ist der falsche Hammer. Das ist der richtige Hammer. Das ist ja der Hammer. Insulated Tin Kill. Da brauche ich einen Cutter. Oh mein Gott. Tin Kill? Tin Cable. Insulated Tin Kill. Tin Kill. Tin Kill. Tin Kill. Warte, dann habe ich ein Geschenk für dich. Komm mal her. Tauschen wir. Gib mir das Redstone. Dafür bekommst du Hypes, die du da nur noch isolieren musst. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich bin der Erzkönig. Ich bin der Erzlichen Dank. Lass dieantwortung nicht mehr. Ich bin der Erzkönig. Den Ton ausmachen. What the fuck? Wollen wir uns einfach schnell, 2, 3 davon cheaten? hübsch in der hölle hier ja ja was denn es ist passiert ich hab's auch schon hier ich sehe dich nicht niedergold uhr geil greck tech was das machen normale ärzte aber nicht ja normal mit lauer und eine billige methode brot zu produzieren das habe ich ein brot und wo ist 30 seitenbacher müsli müsli von seitenbacher das ist meine fabrik wir unterbrechen für eine kurze wäbepause gleich geht es weiter auf den besten channel auf youtube seitenbacher müsli müsli von seitenbacher aber ich hab von 3 skeletons beschossen die schießen immer noch auf mich das sind sniper jetzt kann ich mein brot essen diamanten hast du gefunden ich habe jetzt ein geschenk für dich hier hinter dir und das ist aufgesammelt dankeschön guten appetit die potato ich hab sie gegessen hat nichts gemacht fuck komm 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 komm